PENUMBRA REQUIME PENUMBRA REQUIME als Add-on für Blackplug veröffentlicht, was der zweite Teil der PENUMBRA-Reihe ist. So, kommen wir nun zu REQUIME. Ja, der Name ist schwer auszusprechen. REQUIME. Soll die ganze PENUMBRA-Story noch etwas abrunden? Naja, wer viele Monster eine gruselige Stimmung und knifflige Rätsel erwartet, wird etwas enttäuscht. Natürlich nur meiner Meinung nach. Ab und an sammelt man Artefakte, die man zum Öffnen des nächsten Portals braucht. Ich bin mir nicht sicher, ob man die tatsächlich braucht, aber so habe ich das jetzt verstanden. Vor allem in PENUMBRA macht es mir sehr viel Spaß, in verschiedene Schubladen zu gucken, Sachen hin und her zu schieben und zu werfen natürlich, was die Physik-Engine von PENUMBRA zulässt. Aber auf die Idee, mit einer Ketchupflasche weit entfernte Schalter zu betätigen, kommt glaube ich auch nicht jeder so schnell. Vielmehr musste ich lachen, als ich das Rätsel gelöst hatte. Ich bin mir nicht sicher, dass ich das Rätsel gelöst habe. Hier und da gab es auch mal ein paar Jump'n'Run-Einlagen, wie man hier sieht. Was nicht allzu schwer war, aber irgendwie hat es mir da doch nicht so viel Spaß gemacht. Ich musste jediglich ein paar Kissen von A nach B schieben und Türen öffnen. Erinnert etwas an Portal. Man wird sogar von einer Computerstimme geleitet, was das ganze Portal-Filin noch etwas verstärkt. Kommen wir zur Grafik. Die Grafik ist wie in allen PENUMBRA-Teilen nicht sehr gut, aber auch nicht sehr schlecht. Sie ist halt so typisch PENUMBRA. Ich würde sagen, dass PENUMBRA die Totenmesse, sage ich jetzt mal, nicht der beste Teil der Dialogie ist, aber trotzdem war wert, es gespielt zu werden. Zumindest, wenn man mal nicht weiß, was man spielen kann oder einem einfach nur langweilig ist. So, liebe Supersuchtis, das war's von diesem kleinen Review von PENUMBRA REQUIME. Bis zum nächsten Mal, euer ClickLP. Bis zum nächsten Mal.